Zehn Dinge, die ein Kreisliga-Trainer nie sagen würde. Wichs ihn um, Andi! Das gibt's doch gar nicht, Mensch! Gott, jetzt mach endlich da vorne! Abseits, Nienrichter! Wem winkst du denn? Bist du Fluglotse? Nee, Aki, hier ist kein Problem, wenn du fünf Minuten nach dem Anpfiff in das Stadion kommst. Ich freue mich schon nach dem Training auf die Kiste Alkoholfreies Radler. Oh, der wird lecker. Wer in die Kabine rülpst und furzt, braucht nix in der Mannschaftskasse zahlen. Also ich find das klasse, dass dem Hermann seinen runden Geburtstag direkt vor unserem Spiel gefeiert hat. Ganz toll gespielt, Andi. Super! Nee, Schiri, die rote Karte für unseren Innenverteidiger, die war absolut gerechtfertigt. Gar kein Problem, Männer, dass der Kapitän heute mal ohne Spielführerbinde spielt. So, Männer, Lauftraining fällt aus, dem Andi hat seine Laufschuhe vergessen. Toll, dass heute alle mal nüchtern sind. Männer, heute grätscht bitte keiner. Ihr könntet euch das Knie aufschlagen. Ich find das richtig gut, dass dem Hermann seinen runden Geburtstag direkt vor dem Spiel gefa- Äh, nochmal ab. Man weiß, heute ist aber auch der Wurm drin, ey.